Oh, äh, what the fuck? Wieso bin ich im Hub-Modus? Ah, jetzt. Okay. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde LOL. Warum auch immer mein OBS gerade gesagt hat, ich bin jetzt in der Szene vom Hub, aber ist ja auch egal. Äh, wieder mit Yannick? Nein. Ja, äh, doch. Ganz langsam hab ich das Gefühl, dass meine Stimme ganz schön weggeht, das ist ein bisschen nervig. Ah, RIP-Stimme. Ich spiel wieder Support und ich hab ja letzte, ähm, letzte Aufnahme endlich das Stufe 5 bei meinem Nautilus erreicht. Ja, bockt auf jeden Fall und, äh, ja. Yannick hat anscheinend noch nicht oft genug Graves gespielt. Eindeutig. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ach, diese, diese Stufen, Champion-Stufen. Ach, Dominick, das Bild hier meinte ich übrigens. Das ist immer blöd, wenn ich mitten in der Aufnahme dann raustappen muss, Yannick. Das ist mir doch scheißegal. Hier, viel Spaß. Dann haben die Leute mal ein Standbild, das ist immer doof. Warte kurz. Der guckst dir danach an. Ne, ich guck's mir jetzt kurz an. Achso, ja. Fail halt einfach. Tut mir leid, aber damit bewirkt man gar nichts. Es ist in Ordnung, wenn man's, wenn man's macht, aber ich find's müssen ja nicht. Aber okay. Hä, was? Hast du dir das Bild überhaupt angeguckt? Das ist Verarsche, das weißt du, ne? Ich weiß. Das ist hochgradig sarkastisch gemeint. Ja, aber es gibt auch Leute, die wirklich so reagieren. Ja, das stimmt. Das ist das Traurige da dran. Das stimmt. Achso, für die Leute, die es nicht da, äh, die es nicht wissen. Ähm, es ging darum, dass du immer noch den falschen Dings mit hast, aber okay, die falsche Ultimate. Nein! Doch. Na gut, wenn du als erstes Assassin's Reaver gehst, geht das eigentlich, weil du hast dann, äh, hast da ja ein bisschen Crit. Das ist in Ordnung eigentlich. Das ist nicht so supergeil eigentlich. Ähm, es ging darum, dass, ähm, wegen dem Anschlag in Frankreich, was natürlich eine scheiß Sache ist, logischerweise, also wer das, äh, wer, wer das bevorwörtet, hat sowieso einen totalen Knall. Ähm, ne, auf jeden Fall, ähm, dass es da halt diese ganzen Leute gibt, die dann halt, äh, auf Facebook einfach nur ihr, ähm, ihr Profilbild einfach ändern, in zum Beispiel irgendeine Frankreich-Flagge oder sowas. Ja, so ist es. Und dann damit denken halt, ja, geil, ich hab was erreicht und, tut mir leid, nein. Also, es ist natürlich in Ordnung, kann man gerne machen, aber man hat damit nichts erreicht, man hat nichts verbessert, man, ja. Es ist einfach, es ist einfach, man hat sich nichts verändert. Es ist einfach so, man hat sein, sein Bild verändert. Klasse. Dafür kriegst du jetzt einen Keks. Nicht mal das. Nicht mal, nicht mal einen Keks kriegst du dafür. Was ist das für ein Scheiß eigentlich? Ne, auf jeden Fall. Ja, weiß nicht. Ist eher so ein bisschen sinnlos. Oh, das war gar nicht close. Ne, mhm. Nein, nein, nein. Das ist, ich bin perfekt ausgewichen oder so. Ja, ne, ich hab, ich hab den Minion überredet, dass der da reinläuft. Achso. Ich bin, ich bin der Minion-Flüsterer. Ne, es ist halt. Kalista-Könn-Biss, eklig, wenn ich mag, Kalista-Echt gar nicht, aber spätestens, spätestens im Late-Game-Burst ist ja einfach nur noch verdichtbar, dass er gemerkt beim Set beim letzten Mal. Das war nicht viel Schaden, ne? Das war so, I'm not curious anymore. Das war einfach klatsch, weg! Das war einfach, wortwörtlich ne klatsche. Mach was! Mach ich doch! Ich nicht. Komm mal her! Yeah! Komm mal her! Hoor! Ja gut, reicht schon. Wieso exhaustest du sie? Ich wollte eigentlich raufgehen, aber dann ist sie abgehauen. Noob-Support? Ja, okay, das rauf. Ja, warte noch ein paar Sekunden, dann hab ich meinen Grab wieder. Mann, ich fail, lass jetzt. Das ist nicht so gut. Was gut ist, du bist deutlich tankiger als sie nachher. Ich krieg sie. Nice. Boah, geil, den kriegen wir sogar. Ah, okay, nee, lass. Sie haben Flash und alles raus. Ja, ich hab auch Flash. Das hast du noch nicht machen müssen, eigentlich. Ja, ich weiß, was ist los. Das ist aber trotzdem in Ordnung. Joa. Hat er die... Ich weiß nicht, was hat er denn? Okay. Das war ein. Den Blitzcrank kriegen wir. Das Geile ist, wenn du ihn huckst, der Typ will ja nah an mich ran, ne? Und dann kriegt er immer meine doppelte Granate hin. Ja, das ist halt das Ding. Er kriegt ja allgemein, deine Autotecks machen ja auch mehr Schaden, wenn du näher dran bist. Hat er ja schon gesagt. Also geh jetzt ruhig rauf, ne? Ja, ich versuch gerade... Aber ich versuch nicht unbedingt, den Blitzcrank zu graben, wenn möglich. Der reicht. First Blood ist First Blood. Ja, das stimmt auch wieder. Oh, ich krieg die Kalista. Okay, wir kriegen beide. Mit ein bisschen Glück. Aber mit ein bisschen wenig Glück kriegen wir keinen. Hast du Ignite? Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Oh, fuck. Alter. Nein! Nicht so gut. Nee, ernsthaft? Ernsthaft? Was war denn das sonst? Komm schon. Hast du das nicht gesehen? Ich hätte ihn fast noch gekriegt. Ja, aber du hast verkackt. Warum gehst du da nochmal rein? Du hältst nix aus. Aber ich hätte ihn fast gekriegt. Das ist schön für dich. Fast ist aber nicht ganz. Fresse. Ich hab es 16 Lasse. Ach, die auch erst nutzen. Ja, äh, ganz ehrlich, wir werden hier einfach nur aus der Lane rausstompen. Das wird kein Problem werden. So, ich geh mal kurz back. Kann ich mir das schon holen? Ich glaub nicht, das kostet mich 1800. Gut, ich spreche, ich hol mir mal ein paar Lastsets. Ähm, 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 ich krieg kein Lastsens mit aus. Oh, Kalista möchte mir Tipps für League of Legends geben. Cool. What the fuck? Achso, Green-Ears-Feed. Ja, hat sie ja im Prinzip recht. Die soll leise sein. Was lustig ist, die verliert jetzt unterm Tower wahrscheinlich ein paar Lastsits. Wenn du sie immer ein bisschen pokest, dürfte das kein Problem sein. Da hat sie schon den ersten verloren. Hallo Blitzcrank. Ich geh zu ihm hin, er dreht instant um. Okay. Ich glaub, er mag mich nicht. Ich glaub, er hat was gegen mich. Komm mal her, Minion. Gib auf die Fresse. Ich würde sagen, den Trade haben wir gewonnen. Oh Gott, die haben einen Vega. Oh, der hat einen Vision Ward da drin. Ich mach das mal kurz kaputt. Lass dich nicht grabben. Hab ich nicht vor. Ja. Ich lass mich grabben. Danke. Ah, fuck. Dieser kack Minion, der vor mich gelaufen ist. Ich mach kurz das Vision Ward zu Ende. So, geht doch. What the fuck? Will der sich umbringen oder was ist los mit ihm? Ich versteh ihn auch nicht, aber naja. Der ist immer richtig hart dämlich. Alter, wenn der nicht gleich nochmal ran zieht, dann... Dann würde er einfach nur krepieren. Lol. Die Minions blocken diesen Scheiß. Okay, der stirbt auf jeden Fall. Töten wir ihn auf jeden Fall. Ich, äh, hau den Graves. Äh, den, 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 den Dings. Wir kriegen beide. Hau sie weg. Den kriegen wir nicht mehr. Nee, egal. Ich hätte gerade, ja, ich hab gerade Ulti bekommen. Deshalb hätten wir ihn vielleicht noch gekriegt, aber ich wollte keinen Jacks Tower Diven. Ist keine gute Idee. GG, easy. Ja, tut mir leid, aber wenn ein Gang kommt und wir einen Double Kill machen, hm. Und der letzte wegkommt, nur, äh, nur weil ich meine Ulti noch nicht schnell geskillt habe. Ja, gut, ähm, ich glaub, ist vorbei. Graves is a Burst Melee, Mage Destroyer, Tank Destroyer. Ja, und Tank, das ist dann das Problem. Graves kriegt ja auch noch, ähm, kriegt ja auch noch... Achso, Graves ist übrigens inzwischen der einzige AT Carry, der, ähm, ähm, Magic Resist pro Level bekommt. Warum? Weil er's kann. Weil geht. Ist halt wirklich so, ist halt, es ist halt wirklich nur so, weil geht. So, ich muss mal back. Warte, ich will ihn noch... Oh, okay. Ich hab keinen Mana. Alter, ich hab ihn gerade alleine Half-Life gehauen. Half-Life 1 oder 2? Half-Life tot. Oh! Ich hab 1500 Gold, geil. Und hast du, oder? Ja, das hab ich ihm schon erzählt. Ah, ich weiß. Und hast du, oder? Ja. Ah, ich brauch noch 20 Gold, die gönne ich mir noch. Also kurz. Kriegt man jetzt schneller Gold? Das kommt mir irgendwie so vor. Ja, ein bisschen. Dafür fängt das Gold bekommen ein bisschen später an. Ja, gut. Aber man kriegt insgesamt ein bisschen schneller Gold. Also mehr Gold, mehr Gold, nice. Mehr wollte ich gar nicht hören. Ja, also man kommt schneller ins Late Game. Oder ins Endgame sogar. Ähm, allgemein ist das Ganze, das ganze Spiel wurde ein bisschen schneller gemacht. Finde ich auch gut so. Ich bin gerade überlegen, spiele ich das, spiele ich das, ich spiele sogar das. Ich bin ein bisschen mehr Leben. Dann können wir gleich nochmal damit können und machen. Ähm. Ja, Full Burst auf jeden Fall. Läuft bei dir. Oh, ich hätte es echt schade gefunden. Ich finde es echt schade, dass er dich nicht grippt. Ey, was ist denn los? Habt ihr Angst vor mir? Los, zieh sie ran. Oder ihn, oder... What the fuck? Ich habe eigentlich... Verkackt, aber egal. Ist eigentlich völlig wurscht, ob ich verkacke. Ich habe vergessen, den Sweeper zu kaufen. Egal. Egal, egal. Das ist ein AAL. Shit. Schade, hast ihn sogar fast getötet. Oh, nicht greedy sein. Er ist tot. Ich habe wieder angezündet. Achso, ich wollte gerade sagen, okay. Borgt auf jeden Fall. So, wo ist die Kalister. Ich will sie versenken. Das läuft ja ganz gute Momente. Nein. Ich bin schon. Und? Hallo. Hallo. Ah, komm. Nois. Digga, der Damage. Ist zu glücklich nicht viel Schaden, ne? Und nächstes Season Main ID Carry und Support, oder was? Läuft bei uns auf jeden Fall. Wenn du ein bisschen weniger greedy wärst, wäre es sogar noch besser. Ja, es ist kein Rank, das ist ein Normal Game. Stimmt auch wieder. Aber es ist halt wirklich so greedy gleich viel. Das ist ja leider einfach so. Vielleicht, ich liebe es einfach nur lautlos zu picken, ist so lustig. Das ist witzig. Für mich. Ohne mehr töten? Ja. Na gut. Komm mal her, bin jung. Ach fuck. Ja, chill mal dein Leben, alter. Alles gut. Alles gut. Das wird ja nicht tot bekommen. Ich warte noch auf meinen Grab, dann kann ich ihn gleich nochmal pullen und dann ist er tot. Sie sind auch ganz schön scheiße, die Typ, ne? Nein, gar nicht. Das ist der Grund, warum wir so hart gewinnen. Ich find geil, dass wir... Ah, ich wollt grad sagen, dass der Jungler gar nicht kommt. Wollen wir mal gucken, ob wir sie töten können? Na komm. So, erster Tod. Ich hab gleich Ulti übrigens. Zweiter Tod. Ich flash gleich mal Ulti. Ja, mach mal. Ist übrigens auch tot. Ah, ich hab kein Mana. Na komm. Den Tower dürfen wir jetzt. Ja. Oh, B Graves. Ja, also. Ja. Ich sag einfach so. Also backporten. Ich hab wieder 1500 Gold. Wir können ja immer so zurückgehen. Ich hab jetzt geschrieben Greek Life. Nee, Greek Life ist egal, weil Graves. Na, I just craft the ports there every time at Wall. Hehehe. Ja. Was soll man da zu sagen? Die Kalista weiß Bescheid, oder was soll man dazu sagen? Ja, die Kalista weiß, dass sie dauernd stirbt. Das ist auf jeden Fall nicht geil. Ja, was hast du da eigentlich für ein schönes Item? Ein Ei aus der Egg? Ja, es ist ein neues Support-Item. Also ein neues Support-Item. Es gibt das alte auch noch, aber es gibt das jetzt auch. Also vielleicht mach ich noch ein Game. Ich weiß es aber noch nicht, weil ich wollte morgen eigentlich um 8 Uhr aufstehen. Äh, ich bin auch am überlegen, aber ich weiß es auch noch nicht. So, ich brauche als nächstes das. Obwohl, im Endeffekt, ob wir jetzt heute noch ein Game machen, aber morgen ist ja eigentlich scheißegal. Das stimmt. Ja, also ich würde sagen, ähm, der Einzige, der bei uns scheiße ist, ist es bei uns gar keine Scheiße, wirklich. Ich würde sagen, rip Kalista. Das ist ein bisschen eins, Alter, das ist so übertrieben. Hallo Kalista, hallo Kalista. Alter, wie viel Schaden, Alter, genau. So, komm, randdashen und töten. Oder so. Ich hatte gerade Ulti wieder ready. Oh, wie viel Damage, ne? Ich finde übrigens lustig, guck mal, der Jax Tower, da ist gerade unseren Master-G einfach hinter unserem Rücken. So, der stirbt. Oh, ist das schlecht, Alter. Oh, da ist auch Blitzcrank. Ja, das meine ich, ja, ich komme, ich komme. Ja, ich gehe mal hier oben rum. Hey, Junge. Du kriegst einen Anker in die Fresse. Der ist schon tot, bevor du irgendwas oben rummachen kannst. Lass mal Dragon machen. Ja, finde ich auch. Ist eine gute Idee. So. Wo sie recht haben, haben sie recht, ne? Mit dem Graves ist es einfach vorbei. Oh ja, jetzt mache ich mehr Schaden. Geh mal näher ran. Ja. Viel näher kann ich nicht rangehen. Jetzt. Ja gut, so geht's. Das Problem ist, ein Autist hat eine übelst, übelst hohe Attack-Range. Ähm, das heißt, wenn ich noch mal draufklicke, ich muss hinter ihn laufen. Das ist die einzige Variante. Lass mal Kalister töten. Hast du Ulti? Ja. Verwende mal direkt. Ja, mache ich auch. So, nächster. Ey. Ach, scheiße. Ich will das Mana und meine kompletten Komo wieder rauszuhauen. Boah, machen wir jetzt mal den Tower weg. Wollen wir ihn difen? Hm. Wie gesagt, wir fehlen ein bisschen das Mana. Na gut, dafür reicht's dann noch. Hallo, Mist. Alter, der Damage is real, man. What the fuck? Wir sind gerade mit einem Auto-Attack fast halbes Leben abgezogen, ne? Läuft auf jeden Fall. Ja, der ist tot. Ganz ehrlich? Boah, alter Schwede. Das ist ja richtig overpowered, man. Ja, ich weiß ja nicht, dass wir Premades sind, aber Premades sind halt immer irgendwie so ein bisschen besser. Logischerweise. Hier ist übrigens Ward dran, der fällt mir gerade auf. Egal. Ja, mir auch. War ja schnell genug wieder zurück. Ähm. Ja. Jetzt habe ich auch noch keine Mana-Probleme mehr. Läuft bei uns auf jeden Fall. Ich helfe bei dem Typen in der Mitte. Wahrscheinlich könnte ich sogar gerade seinen eigenen, äh, seinen Midlaner töten. Das wäre echt lustig. Nausilus gegen Dings. Ich bin sogar, ich bin das gleiche Level wie der, wie der scheiß Midlaner von denen. Obwohl, ich gehe wieder weiter runter. Das ist so lustig. Allein der Schinsau. We have no Jungler, so I think it's balanced. So nice. Hier, 0, 0, 0, what the fuck. Ja, aber stimmt. Wir haben wirklich keinen Jungler, der fahmt nämlich nur D-Rawr. Hey Leute. What's going on? Das Blitzkrieg, das Blitzkrieg. What's going on? Ah, scheiße. Hallo Blitz. Hallo. Das Problem ist, Edgard im Speedbuff bekommen. Cremi nicht. Egal. Hey, das ist Jax. Jax, my friend. Come to me. And die. You fucking G. What the fuck? Der hat ein Teammate gekillt. Der muss jetzt gestompt werden. Hier ist Vega. Ja, ich weiß. Ich muss probieren, dass der Tower steht noch. What the fuck? Yeah! Das bestes Grab-Duell überhaupt. Ja, das hatte gerade richtig Swag, Alter. Scheiße, wir haben die Strahle gekreuzt. Äh. Ja, die Grabs, meine ich. Ich hätte mal gerne gewusst, wie viel Schaden das gemacht hätte, wenn er es getroffen hätte. Äh, zu viel. Ganz einfach. Eindeutig zu viel. Komm mal her, Minion. Oh Mann, wieso flashen die immer alle, wenn ich draufhauen will? Aber das Gute ist, das ist einfach der Instant-Flash-Burner für alle, weil die haben einfach keinen Bock mehr. Wenn du in meiner Nähe stehst, weil die wissen, okay, wenn sie reingezogen werden, sind sie tot. Ist nun mal einfach so. Ja, muss man mal ein bisschen ranziehen hier, ne? Ja, ich hab halt ein bisschen cool da, ne? Komm mal her. Guck mal, du wirst selber hochgeworfen. Ich werfe dich selber hoch, du Bitch. Na, komm mal her. Was soll denn der Scheiß hier? Ey. Ey. Stirb. Spaß die. Ja, scheiße, der Hass-Aki, Mann, hat mich getötet. Ah, jetzt war es doch vielleicht ein paar Ziele. Drei gegen Fünf war vielleicht doch ein bisschen viel. War einfach nur scheiße gespielt von uns. Das auch. Die hätten wir alle haben können, ey. Ja. Aber naja, scheißegal. Ich brauche Rüstung. Vielleicht wird das Spielzeit doch noch ein bisschen interessant sein. Glaube ich nicht. Nein, ich auch nicht. Ich brauche Sunfire. Ich baue diesmal früher Sunfire. Den Katalys brauche ich ja nicht so früh. Also den Katalys habe ich schon. Ich brauche das Ding hier nicht. Mann, ey. Das, ähm, 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 hinterherlaufweitem Namen vergessen. Mähliche Pracht. Achso, ich dachte ja nichts Leben. Au. Au. Riders Glory übrigens, für die die Leute für ihn gespielt. Jetzt wird's deep hier. Äh. Deeper als der Marianengraben. Der Marianengraben? Heißt der nicht so? Marianengraben. Ach, Fick. Deine Aussprache war wieder interessant. Es interessiert mich nicht. Wie gesagt, man kann Graves auch inzwischen mit Jungle spielt. Äh, sag mal, aber werfe ich denn nur Jungle Creeps mit der Shotgun zurück, oder wie? Ne, auch normale Minions. Sicher? Äh, ja, lol, Kalista hat gerade Ulti gemacht. Äh, ja, sicher. Da wollte ich auch kein Ward reinstellen. Ja, ich hab ihn zurückgeworfen, du hast recht. Jo. Was soll man dazu sagen, ne? Was ist hier gerade mit einem cool halbes Leben abgezogen? Bockt auf jeden Fall. Kann man mal machen. Oh, guck mal, der wollte sich Minions verarmen. Hol ihn hier, Lappen. Bisschen, bisschen zu weit. Hö. Hey, lass meinen Jax töten, hier links. Na, okay. Hey, lass meinen Jax töten. Ey, Jax, guck mal. Torpedo. Was ist ein Schwuder Tor, äh, was, ne, was sein Pädophiler Tor war, zu war das. Torpedo. Komm mal, ey, ich muss weg. Ja, ich weiß, aber ich versuch gerade den... Shit. Ich kann nicht weg, der ist nicht. Ja, ich kann gar nichts mehr machen. Das war schlecht. Bisschen. Besonders, da ich selber nicht so richtig viel Damage mache. Wieso krieg ich die ganze Zeit absoluten Schaden? Was soll der Scheiß? Ich brauch Barmys. Barmys Glutstein. Kann dieser Kuh eigentlich kritten? Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaub nicht. Das wär ein bisschen OP. Ist er so ordentlich OP? Nee, aber dann One-Shotest du, Leute. Das wär ein bisschen übertrieben. Das mach ich auch so nicht. Nee, tu, Schotten tust du normalerweise. Wir sollen übrigens mal aufhören, die ganze Zeit alleine rumzulaufen. Das ist ein bisschen dämlich. Ja. Geben durch dauernd Kills ab. Obwohl selbst ich positiv umher entstehe. Was ich sehr lustig finde, übrigens. Ich hab einfach 3-2. HIV-positiv. Oh, sowas von. Äh. Ich bin HIV-ultra-positiv. Warum ist der hier gerade gestorben? Weil er gay ist. Okay, er hat's selber geschrieben. Äh, ich kann ja nicht viel tun, der beim Drake. Scheiße. Komm mal her, Minion. What the fuck, was hat der für eine Tech-Speed? Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Hab ich ja versucht. Der stirbt, alles gut, alles gut. Oh, fuck. Ey, kommst du weg? Nee. Nee, schade. Wir sollten aufhören, gegen mehrere Leute gleichzeitig zu feiten. Das ist echt kacke. Naja, wir hätten sie killen können, aber irgendwie hat der Yasuo mich auch hochgeschmissen gekriegt noch. Das verstehe ich auch nicht. Der hat Ulti gemacht. Dann wurde ich erst von seinem Ding hochgeworfen, aber noch oben gehalten. Ja, das ist ein bisschen kacke. Ein bisschen sehr kacke. Der Typ, der, der scheiß Wege hat 16 Meter als 6. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, Sunfire ist fähig. Wir müssen weiter stompen, das kann nicht sein, denn wir können jetzt nicht verlieren. Das wäre richtig scheiße. Also verlieren tun wir im Moment noch nicht immer. Das spart sich langsam leider so ein bisschen an. Äh, naja, geht so. Ja, wir haben halt keinen Jungler. Das stimmt. Aber ich bin ultra gefiedelt. Wieso baut jetzt eigentlich jeder verfickte Yor Tree Force auf Yasuo? Direkt nach Statik. Ich verstehe es einfach nicht. Es ergibt null Sinn, meiner Meinung nach. Doch. Infinity Edge is most possible damage. Äh, nope. Äh, ganz einfacher Grund. Ähm, sie haben Infinity Edge genervt. Es gibt weniger Crit-Chance. Früher. Das hat aber schon, ja, das maximale Crit-Chance für Infinity Edge war 25%. Das ist schon länger, dass es nur 20% gibt. Ja, und man spielt auch schon länger, man spielt auch schon länger, äh, Trinity Force of Yasuo. Ich hab das erst seit zwei Wochen gesehen ungefähr. Das spielen die schon seit mindestens ein paar Monaten. Ja, aber das hab ich überhaupt nicht so gesehen. Also gar nicht. Ist schön für dich, dass du es nicht so gesehen hast. Und ich auch nicht in, nein, nein, nein. Ich mein, ich hab's generell auch nicht in Streams und so gesehen, weißt du? Das ist schön für dich, ist es trotzdem so. Ich kann damit nichts anpassen. Jetzt hab ich mein Ultime zum Verscheuchen benutzt, verdammt. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Mach'n Dash, irgendwas. Ach, oder Flash, auch in Ordnung. Ready. Oh, 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 oh Ich muss leider aus und rumgehen. Boah! Das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte gerade sagen. Oh Gott! Scheiße. Scheiße, ey. Ja, der Vega macht uns gerade echt ziemlich platt, leider. Ah, verdammt. Oh, komm, den kriegst du ein Coup. Oder ein Auto-Tail. Ich hätte einfach einen Coup reingehauen, dürfte ungefähr genauso lange dauern. Nice, der stirbt. Oh, oh, du stirbst auch. Ja, mach doch was. What the fuck, Yasuo? Wieso greifst du ihn nicht an? Der Jax hat null Mana und Yi ist dabei. Ich habe da einfach keinen Bock. So, weiter ein Text. Ach, du hast einen Text hierfür? Ja. Ich schreibe immer Text. Du weißt, ich weiß schon vorher, wie das Game ausgeht. Ach so. Hast du deine Kärchen vor dir liegen, ne? Ja. Macht die da oben eigentlich. Wir sollten vielleicht mal den Nidip treffen. Beziehungsweise wir sollten mal weiter deffen, überhaupt. Der ist ja schon weg. So. So, so, so. Ich bin jetzt irgendwie nicht so ganz drauf, muss ich zugeben. 0,6, 2. Kann man besser machen. Scheiße, ich bin hier positiv. Oh, den Yasuo. Wir müssen jetzt alle richtig hart weghauen, die ganze Zeit. Na, schon noch einen Weg. Erstmal hole ich mir den Rapper, viel geht nach unten. Verdammt. Nice. Der ist tot auf jeden Fall. Oh, ich habe ihn kill bekommen. Hat aber noch ganz schön lange gedauert. Bist du jetzt wieder positiv, oder? Hm, ausgeglichen. Das war so ein Aoe, hat den halt bekommen. Ich habe ihn eh noch gemacht. Ich dachte nicht, dass der... Oh, den kriegen wir. Ah, scheiße. Oh, ich habe mich in seinen... Oh, shit. Ich, ich, ich rout ihn. Ich rout ihn auch. Alter, kann der mal aufhören, mich die ganze Zeit zuhauen? Soll der scheiß. Slowt. Mach irgendwas. Ja, ich route den da. Ich gehe von der Seite an den Weger ran. Ich flanke hier ihn. Kannst du flashen? Ich brauche gar nicht flashen. Hier. Der Range geht weit genug. Äh, der Range. Der Range geht weit genug. Doch, alter, ich schwör, Digga-Lan. Doch, alter, ich schwör. Das war, äh, genauso geil wie neulich, äh, als wir von der Spielschicht weggegangen sind. Sagt der eine so, ja, ich habe jetzt neulich auch gelernt, Deutsch zu sprechen. Alter, ich fick deine Mutter. Ja. Okay, wir haben uns nicht so weggeschmissen, ey. Ist auf jeden Fall eindeutig, ähm, ein geileres Kult... Warum will der aufhören? Ah, ja, lass das mal surrendern, also auf... Super Idee, war das ja je? Weiß ich nicht. Ja, sie haben den Drake-Slayt, das ist nicht so geil. Egal, es ist der zweite oder dritte. Und vor allem ist es nicht so interessant. Und da ist dein Mikro gerade an und an und wieder ausgegangen. Ah, mein Herz hat spockt irgendwie. Na, okay, nach diesem Game-Gegg pen, ich bin müde as fuck. Ja. Alter. So, nice, Roster. Hat er das gerade echt gemacht. Ja, nice, ich habe sogar beide mit meiner... Hä? Ich dachte, ich hätte beide... Wow, das war aber knapp. Geht, ne? Na ja, also... Wow, wie viel Lifestyle hast du denn bitte? Full Lifestyle Graves oder was? Ich habe 13%. Wah, das kann nicht sein, du hast alleine durch... Ich habe 13% Lifestyle, guck es dir an. Achso, ja, stimmt ja. Ich mache sowas von viel... Ich heile sowas von viel hoch. Ich kann nicht viel machen. Alles gut. Ich mache dafür umso mehr. Jetzt kann ich was machen. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, sie töten mich. Und jetzt töten sie dich. Eventuell, ja, ich bin tot. Das ist halt kacke, wir sind dauernd in der Unterzahl. Das ist nicht gut. Die ist echt ganz schön kacke. Der ist nie da, wenn man ihn braucht. Ich hätte wenigstens eben die Vega-Ulti abfangen können für dich. Das wäre, hätte gereicht. Was macht der da eigentlich einen Quark? Ich verstehe dich nicht so ganz. Das, was der will, also der ist irgendwie komisch. Da läuft so sneaky die ganze Zwischen- Zwischen deren- Leuten tue ich so immer. Allerdings ist unser Indem wieder da. Und die haben zwei offene Indems. Eigentlich müssten wir die einfach nur wegpushen. Dürfte mal kein Problem sein. Eigentlich, oh, guck mal, der Botland Tower steht noch. Der Botland? Achso, ja, unser, ja. Ja, er wird niemals fallen. Wir haben auch so hart gewonnen, ganz ehrlich. Oh, wir müssen unserem Yasuo helfen. Wir müssen unserem Yasuo helfen. Unser Yasuo kommt zu uns. Oh, shit, man. Oh, shit, man, Alter, das kann es aber laut sagen. Okay, okay, okay. Fuck, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, wir müssen mal groupen. Was soll der Scheiß? Wieso kauft der Ginsos? Und hext der Gumblade? Äh, ja, gute Frage. Ja, geil, jetzt stirbt der auch noch, weil er auch alleine reingeht, super. Ja, ganz ehrlich. Der Typ hat 25 Maji-Stacks. 25? Ja. Wie viel gibt es denn mittlerweile? Ich glaube, 25 ist das Maximum. Es ist so behindert. So ultrabehindert. Das verlieren wir nur wegen dem G. Falls wir es verlieren. Aber ich glaube mittlerweile, dass wir es verlieren. Ja, das verlieren wir leider. Das Problem, wir müssen jetzt beide ihre Inhabs wegmachen. Das ist die einzige Chance, wie wir jetzt noch gewinnen können. Das kann sie jetzt eigentlich schon vergessen. Jetzt besonders, weil ich tot bin. Och, na, Alter. Das ist vorbei. Ich kann aber auch nichts machen, ey. Ja, guck mal, was unser Yastro macht. Ja, geil, das war eine richtig gute Aktion, echt, muss man sagen. Oh Gott, ey. Hey, das für den musst du nicht hochladen. Doch, weil man sehen muss, wie scheiße die Mitspieler von uns waren. Ja, tut mir leid, aber also, der Yastro ist völlig behindert. Ja, ne, du bist der ultrabehindert, du bist der Einzige bei uns, der richtig ordentlich damage macht. Aber du bist der ultrabehindert. Natürlich. Ja, das ist nur ein Deffen. Geh mal rauf auf die Kalister. Ich will sie haben. Ich würde sie auch gerne haben. Nur aus Prinzip. Kannst du dich nicht an die Wand ziehen und... Aha. Ich hab gerade den Speedpuff aktiviert. Shit. Was war denn das? So, ich komme, ich komme, ich komme. Jetzt kriegen wir auch noch. Ja, nice. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Nice. Beide in Y, beide in Y. Wir holen den unteren, Y holen den oberen oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall müssen wir jetzt welche. Okay, gut. Die oberen auch. Ja, einfach durchlaufen, hier durch die Base, ist egal. Ist egal, einfach den Inhip. Scheiße, ich hab so einen Shotgun-Effekt. Das ist übelst verwirrend, ey. Lauf, 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 lauf. Mach Dash, sobald du kannst, irgendwas hau ab. Einfach nur abhauen. Ja, scheiße. Ja, ist richtig, sieben Schaden. Äh, sind Saus wieder da, aber sie müssen jetzt selber erstmal deffen, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt wieder, äh, wir haben jetzt doppelte, äh, Superversalte. Hat er inzwischen mehr Kids? Ist ja ein Kill mehr. Wow, aber du hast mehr Assists, oder? Ne, du hast zwei Assists weniger. Na gut, im Moment ist er besser als du. Im Moment ist er besser als du, egal. Das muss man nur mit Ländl durchpushen, dann pushen die Minions sie selber tot. Sie sind der UEF keine Superversalte, ne? Na, ich dachte nicht, dass wir es überleben. Nicht das jetzt Baren machen, ne? Das könnte, könnte so ein bisschen eher Baren, sind Baren, macht Scheiße, wir haben verloren. Nicht unbedingt. Wenn er Jassu jetzt rein geht, okay. Geil. Warum geht er Jassu dahin, ist er dumm? Man sieht doch, dass der Baren weg ist. Und warum portet er jetzt dahin? Was, 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 was ist das? Ich krieg sie. Ja, der Vega kriegt mich. 1.600 Schaden, die Ulti. Die Ulti macht mein halbes, ne, macht mein, 90% meines Lebens weg. Ja, aber ich krieg, wir kriegen die anderen. Wir kriegen die alle. Wir kriegen die alle. Weil hier ist scheißegal, hier ist scheißegal, ob er, ob er underfarmt ist. Der Typ ist so schlecht, ne? Guck dir mal sein Bild an, Alter. Das ist völlig egal, es ist Jii. Weil Jii ist einfach so. Aber Jii hat doch gar keine AP-Skalierungen mehr, oder? Ist doch völlig wurscht. Warum ist das völlig wurscht? Er spielt AP- Als Jii ist es, nein, er spielt Hybrid, das reicht. Er braucht nur so wenig AD, das ist das Traurige. Das ist behindert genug, ey. Ja, ich weiß. Ich dachte eigentlich, Homeguard-Boots werden entfernt im nächsten Patch, also jetzt in diesem Patch. Echt? Da hab ich auch noch nichts von gehört. Hab mir irgendjemand erzählt, aber hier ist ja irgendwie gar nichts. Kann sein, ich weiß es nicht. Ist ein close game, ey. Ähm, was brauch ich denn noch? Sag mir mal irgendein, ich weiß was ich brauche. Ein Item? Ja, ich hab schon eine Idee, ich weiß schon was ich brauche. Oh Leute, Mann, was machen die denn da? Ja. Retards. Ja, geil, warum gehen die da jetzt rein? Unsere Minions pushen doch im Moment viel stärker. Ähm, wir müssen Mitte defen, auf jeden Fall. Du musst versuchen zurückzuhalten, während ich sie versuche zu zählen, okay? Ähm. Der Jacks wird gleich auf dich springen, oder auch nicht? Kannst du irgendjemanden pullen, oder so? Ja. Ich hau dir ein Shield drauf. Yasuo auf jeden Fall töten. Ja, nice. Okay, 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 okay. Alter, wieso ist der Yasuo immer noch am Leben? Ich weiß es nicht, verstehst du? Der Guardian? Nee, hat er nicht. Hä? Der war doch tot. Ne, war er nicht. Oder sind wir doof? Wir sind so dämlich, Alter. Tut mir leid, aber es ist halt Yi. Es ist halt einfach Yi. Es ist trotzdem so brutal in dieses Spiel, Mann. Es ist halt einfach nur Yi. Der Yi ist so scheiße, Mann. Es ist scheißegal, wie scheiße der Yi ist. Es ist einfach Yi. Ja, Winions? Ja, ist wirklich so. Also, wie gesagt, dieser Coin mit den zwei Inhibitoren. Wir haben gewonnen. Es ist... Wir mussten nur noch defen. Die Winions machen den Rest. Es ist so bescheuert. Es ist so dermaßen dämlich. Die kloppen jetzt einfach die Dinger weg und jetzt kloppen sie gleich den Nexus weg und damit ist die Sache gegessen. Was machen unsere Minions da eigentlich für einen behinderten Kack? Ja, komm Yi, mach'se platt, mach'se platt, mach'se platt, mach'se platt. Boah, dieser Yi, ne, Alter? Es ist egal, wir haben gewonnen. Es ist so dämlich. Also, das ist wirklich... Dieser eine Call hat gereicht, um das ganze Spiel zu entscheiden. Richtig schlechtes Spiel, Mann. Ja, es war irgendwie richtig dämlich, aber es ist lustig. Play again. Warte, ich will noch kurz abmoderieren. Ja, äh... Sehr seltsames Game, also wirklich richtig seltsam, aber egal. Einfach behindert. Winions OP, auf jeden Fall. Und, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.